Ich muss Gott zusammen, Sie hören also meine bayerische Herkunft. Sie haben ganz recht, also zu dem Thema gibt es so gut wie überhaupt nichts. Man muss ja also eigentlich fast alles rechtlich aus den Fingern saugen. Für einen Wissenschaftler natürlich eigentlich eine wunderbare Situation, wenn man sozusagen das weiße Feld erstmals besetzen darf. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich, wenn man auch Widerspruch erfährt, denn nur so im Diskurs kann man die Sache ja weiterbringen. Ich möchte Ihnen in der gebotenen Kürze, das ist ja Keynote, die wichtigsten Eckwerte vorstellen, die man dazu erwähnen kann und versuche das dann sozusagen auf die administrative Ebene runterzubringen. Und hoffe dann also auf Ihr Feedback, gerade aus der Praxis der Verwaltungsabteilungen. Nun, wenn wir uns mit diesem Thema befassen, müssen wir die verfassungsrechtlichen Grundlagen uns anschauen. Sie haben ganz richtig gesagt, gerade durch das letzte NC-Urteil ist es natürlich nochmal vom Bundesverfassungsgericht festgezogen worden. Vor allem ist nochmal betont worden, dass die Ausbildungsfreiheit jeglichen Studienzugang schützt. Also wir haben aus Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz diesen Anspruch auf einen Studienplatz. Es ist ein Teilhabeanspruch, der je nach der vorhandenen Kapazität zu erfüllen ist. Das ist ja im Grunde ein alter Hut, ja, das wissen wir schon seit dem ersten NC-Urteil im 33. Band. Aber es hat sich doch in der Zwischenzeit einiges getan. Zum einen muss man sagen, die Umstellung in konsekutive Studiengänge, Bachelor, Master, hat daran nichts wesentlich geändert. Ja, auch wenn wir einen konsekutiven Studiengang im Grunde als Surrogat für einen früheren Diplomstudiengang zum Beispiel sehen, also einheitliche Studienabfolge, ist es doch so, dass auch der Masterstudiengang als eigener Studiengang gilt. Und zudem hat man eben auch diesen Anspruch auf Teilhabe. Der wird in der Literatur, soweit es überhaupt erwähnt wird, Sie sagten es bereits, Masterstudiengänge, das ist ja so eine terra incognita, da wird so ein bisschen vorsichtig gesagt, naja, man kann bei den Masterstudiengängen vielleicht ein bisschen laxer sein, wie bei den Bachelorstudiengängen, aber insgesamt ist es doch dieser Anspruch, der erfüllt werden muss, sofern die erforderliche Kapazität da ist. Artikel 12 ist nun mal, das lernt man bei uns im zweiten Semester, ein deutschem Grundrecht. Ja, gilt also grundsätzlich nicht für Ausländer nach der grundgesetzlichen Konzeption, was allerdings in den letzten Jahren durchaus gewisse Modifikationen bekommen hat. Die EU-Bürger sind auch diesen Schutzbereich von Artikel 12 GG, sind in diesen Schutzbereich einbezogen, wie man das dogmatisch macht, das brauchen wir jetzt hier nicht so sehr erörtern. Manche sagen ja, durch die Diskriminierung, durch das Diskriminierungsverbot des Artikel 18 AEUV, müssen wir quasi den 12 unmittelbar auch auf die EU-Bürger anwenden. Manche sagen, ja, es ist für Nichtdeutsche gilt der Schutzbereich der allgemeinen Handlungsfreiheit, subsidiär Artikel 2 Absatz 1. Allerdings wird der quasi durch das Diskriminierungsverbot des 18 AEUV auf die gleiche Schutzhöhe gehoben, wie beim Artikel 12. Das ist im Grunde ein Glasperlenspiel, wie man das konstruiert. Tatsache ist, dass Deutsche und EU-Bürger gleich behandelt werden müssen, was den Studienzugang betrifft. Dementsprechend grenzen sich ab alle Ausländer, die nicht EU-Bürger sind, die sonstigen Ausländer, was jetzt hier nicht diskriminierend gemeint ist, aber die fallen eben unter den Artikel 2 Absatz 1. Das wird dann Auswirkungen haben für die Fragen von Studienhochschulzugang und Hochschulzulassung und die unterschiedlichen Auswahlebenen. Ich gehe da noch auf die völkerrechtlichen Grundlagen ein, die hier eine Rolle spielen könnten, unmittelbar oder unmittelbar. Zum Teil muss man die heranziehen für die Auslegen der einzelnen Normen. Steigen wir also noch einmal ein in die verfassungsrechtlichen Grundlagen. Da habe ich ja schon einiges dazu gesagt. Die drei NC-Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts habe ich hier noch einmal aufgelistet. Die letzte ist die eben vom Jahr 2017. Deutsche EU-Bürger sind gleich zu behandeln, haben wir schon gesagt. Die sonstigen Ausländer, die fallen jetzt unter Artikel 2 Absatz 1. Und bei der allgemeinen Handlungsfreiheit ist es so, dass die zwar grundsätzlich auch einen Anspruch vermitteln, aber hier ist das Schutzniveau wesentlich geringer, weil der Artikel 2 ist also leichter einschränkbar. Eventuelle Teilhabeansprüche können hier durch Überlegungen, die sachgerecht sind, viel leichter angebracht werden. Das heißt, ins Positive gewendet, ich kann bei sonstigen Ausländern höhere Zugangshürden errichten und zusätzliche Zugangshürden errichten, wie bei deutschen oder EU-Bürgern, ohne dass das willkürlich oder diskriminierend wirkt. Das ist bereits eben im Grundgesetz so angelegt. Dann muss man nur sagen, dass die Frage, ob ich einen Masterstudiengang studieren kann, ist jedenfalls für die, die unter Artikel 12 fallen, regelmäßiger Eingriff in die subjektive Berufswahlfreiheit. Fraglich ist, welches Berufsbild damit angestrebt wird. Da haben wir zwar die Bologna-Diskussion, dass ja der Bachelor ein erster berufsqualifizierender Abschluss sein soll, aber wir haben auf der anderen Seite das Problem, und das betrifft gerade die technischen Universitäten, dass man mit dem Bachelor ja nicht besonders weit kommt in Berufen. Denn ich gehe mal davon aus, dass das Berufsbild immer noch eins ist, das dem früheren Diplomingenieur entspricht. Und das ist von der Höhe der Qualifikation eben nur durch den Master zu erreichen. Sodass also auch der Einstieg in den Master ein Eingriff in die subjektive Berufswahlfreiheit ist. Und das erfordert einen Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter, wobei natürlich die Qualität des Studiums ein solches wichtiges Gemeinschaftsgut ist. Zu den völkerrechtlichen Grundlagen, die sind relativ dünn. Wir haben ja eigentlich im Wesentlichen die Lissabon-Konvention, also etwas sperrig formuliert, das Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region, nicht in der Europäischen Union, sondern Region. Und das zeigt uns schon, dass es sich hier um ein Übereinkommen im Bereich des Europarats handelt. Ist also nicht auf EU beschränkt, sondern geht weit darüber hinaus. Dort heißt es in Artikel 4 Absatz 1, jede Vertragspartei erkennt für den Zweck des Zugangs, zu dem ihrem Hochschulsystem gehören, da ist leider Schreibfehler drin, Programmen, die von den anderen Vertragsparteien ausgestellten Qualifikationen an. Ich springe jetzt ein bisschen, Sie können es ja selber lesen. Man darf im Grunde nur davon abweichen, von dieser Anerkennung, wenn ein wesentlicher Unterschied in den eigenen Zugangsvoraussetzungen und in dem vorgelegten Qualifikationsdokument besteht. Also wesentlicher Unterschied und der muss nachgewiesen werden können. Das heißt, ich kann also gegenüber Studienbewerbern, die aus einem Staat kommen, dass der Lissabon-Konvention beigetreten ist, nicht einfach ohne weiteres einen Eigenstest abverlangen, sondern es muss ein wesentlicher Unterschied bestehen, sodass ich gewissermaßen die Qualifikation hier vertieft prüfen kann. Juristisch oder rechtsdogmatisch handelt es sich dabei um eine sogenannte widerlegliche Vermutung. Das heißt, im Wesentlichen ist es eine Beweislastumkehr. Also solange ich nicht beweisen kann als Zulassender, dass diese wesentlichen Unterschiede vorliegen, muss ich die Person zulassen. Also zusätzliche Qualifikationsvoraussetzungen können nur gefordert werden, wenn diese wesentlichen Unterschiede substanziert begründet werden können. Aber es ist eben eine Vermutung und Vermutung bedeutet, die kann widerlegt werden. Da zeigt sich der große Unterschied, darum habe ich das hier zitiert, obwohl das nicht unmittelbar anwendbar ist, zu einer anderen Rechtsnorm auf europäischer Ebene, hier jetzt im Bereich der EU, nämlich die Europäische Berufsanerkennungsrichtlinie. Die kennen Sie ja auch von 2005 in einer Ergänzung von 2013. Da ging es im Wesentlichen auch um die medizinischen Berufe, also eine Stufe höher. Da haben sich alle Staaten verpflichtet, die medizinischen Abschlüsse, die Studienabschlüsse untereinander anzuerkennen, und zwar vorbehaltlos, ohne Prüfungsmöglichkeit. Das ist eine unwiderlegliche Vermutung. Und selbst wenn man der Meinung ist, also da bringt jetzt jemand einen Doktorgrad aus einem anderen EU-Land mit, wo durchaus fraglich ist, ob die Qualität so eingehalten ist, darf man das nicht mehr monieren. Da könnte man also keine zusätzlichen Fakten verlangen. So ist es hier nicht im Lissabon-Fall. Wir haben also die Möglichkeit, Eigenstests einzubauen, wenn diese wesentlichen Unterschiede zu begründen sind. Nun gebe ich gerne zu, die Frage, und der Knackpunkt letztlich ist die Frage, was sind wesentliche Unterschiede? Das ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff, der einer sehr weiten Auslegung fähig ist. Die ganz knappe Literatur, die hierzu besteht, also ich habe hier etwa die Kommentierung von Matthias Bode, der die Hochschulzulassung ganz frisch kommentiert hat, der sagt also, einzelne Inhalte, die sich unterscheiden in den einzelnen Ländern, das ist noch kein wesentlicher Unterschied. Sondern man muss gewissermaßen eine Gesamtschau des Qualifikationsniveaus und der abgeprüften Fähigkeiten unternehmen und kann dann sagen, ja, also das weicht so gravierend ab vom gängigen Mainstream, dass wir sagen müssen, hier müssen wir also nachsteuern. Dabei muss man vor allem auf die Art des Bildungssystems des entsendenden Landes abstellen. Und ich würde jetzt einfach als Faustregel hier mal sagen, das ist jetzt völlig auf meinem Mist gewachsen. Also vielleicht hat mir jemand schon antizipiert, das weiß ich nicht, aber ich würde das vergleichen mit den Bachelorabschlüssen, die im europäischen Hochschulraum unter Bologna-Bedingungen entstanden sind. Wenn jemand so einen Bologna-Bachelor, nenne ich das mal, mitbringt, dann hat er ja zumindest nachgewiesen, dass er also in diesem ECTS-System gearbeitet hat. Das Studium ist nach Leistungspunkten strukturiert. Das ist mindestens drei Jahre, Modulsystem, eine Abschlussarbeit muss geschrieben werden, in der die wissenschaftlichen Fähigkeiten abgeprüft werden. Und der Studiengang muss ja auch Programm und System akkreditiert sein. Das heißt, er hat sich eine Qualitätssicherung bereits eingebaut. Ich sage nun, wenn jemand, der unter die Lissabon-Konvention fällt und einen Bachelor vorlegt, der also im Bologna-System erworben worden ist, das ist ja nicht ganz deckungsgleich, aber doch, sagen wir mal, Ausdruck einer gewissen Kultur, dann ist so ein Bachelor im Wesentlichen, beruht ja auf den im Wesentlichen gleichen Voraussetzungen wie der im Annahmeland. Das heißt, in der Regel wird man hier keine wesentlichen Unterschiede begründen können. Das ist doch alles relativ konform bei allen vielleicht Details im Einzelnen. Es wird im Bologna-Raum im Grund überhaupt nur einmal ein wesentlicher Unterschied zu bejahen sein. Das ist jetzt witzigerweise gerade Großbritannien, weil in Großbritannien die Hochschulzulassung ja nicht aufgrund der Schulzeugnisse erfolgt, jedenfalls nicht ausschließlich, sondern im Wesentlichen durch die Zulassungsentscheidung der Hochschule selbst. Und die kann also selbst entscheiden, ob der Kandidat oder die Kandidatin genommen wird. Es gibt also hier quasi keinen Teilhabeanspruch wie im deutschen Verfassungsrecht. Allerdings hat man, obwohl hier wesentliche Unterschiede möglicherweise bejaht werden können, gesagt, na ja, trotzdem ist das englische oder das britische Universitätssystem also so ausgefeilt, dass man nicht sagen kann, also da müssen wir jetzt groß nachprüfen. Also da wird schlicht administrativ an die wesentlichen Unterschiede keine Rechtsfolgen geknüpft. Wenn wir nochmal zurückkehren, wer fällt alles unter die Lissabon-Erklärung? Nun, die geht mittlerweile über den Bologna-Raum ja weit hinaus. Die erfasst de facto alle Staaten des Europarates, auch solche, die also schon sehr an der Grenze von Europa liegen, also Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, die Russische Föderation, die Ukraine, aber auch Staaten jenseits des Europarates und sogar jenseits Europas, wie zum Beispiel Australien, Neuseeland, die USA, Belarus, Israel, Kasachstan, Kirgizistan, Tatschikistan, sowie den Vatikan, ja, also im Völkerrecht Heiliger Stuhl genannt. Das ist ja tröstlich. Und da kann man jetzt sagen, rein geografisch, diese Staaten entfernen sich ja auch örtlich immer weiter von europäischen Standards, mit Ausnahme der Staaten, die ja also die angloamerikanische Welt repräsentieren. Und deswegen kann man sagen, je weiter also diese geografische, in Anführungszeichen, Entfernung geht, umso mehr kann das Unsicherheiten bei der Bejahung der Adäquanz des Studienabschlusses begründen. Und das gilt natürlich erst recht für Staaten, die der Lissabon-Konvention nicht beigetreten sind. Also da ist die Möglichkeit groß, dass man da einen Bachelor präsentiert bekommt, der eigentlich ein Black Box ist. Und deswegen denke ich, je weiter sich ein Staat vom Bologna-Raum wegbewegt, also im übertragenen Sinn gemeint, ja, desto legitimer ist es, wesentliche Unterschiede zu prüfen. Anerkannt bei diesen wesentlichen Unterschieden ist dann regelmäßig der Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse. Wobei Sie mir hier eine kleine Seitenwollte gestatten. Die Frage der deutschen Sprachkenntnisse ist ja gerade immer relevant mit Kontroversum Deutsch als Wissenschaftssprache. Es gibt ja Bestrebungen, gerade auch bei uns in Bayern mit der Errichtung der neuen TU Nürnberg, dass man Englisch als primäre Wissenschaftssprache zunehmend zulässt und auf die deutschen Sprachkenntnisse gar nicht mehr so abstellt. Halte ich persönlich für einen Irrweg, weil die deutschen Sprachkenntnisse schon erforderlich sind, um die jeweiligen Bewerbe in die deutsche Wissenschaftskultur zu integrieren. Hier herrschen ja auch von der Methodik, von der Begrifflichkeit Systeme, die sich oft jetzt ins Englische gar nicht so übersetzen lassen. Das mag gut, das mag in technischen Fächern vielleicht nicht ganz so gravierend sein, aber in geisteswissenschaftlichen oder bei uns in Jura ist das besonders gravierend. Man kann also im Grunde über das deutsche Rechtssystem nicht einfach Englisch diskutieren, weil die Begriffe oft gar nicht deckungsgleich sind und eben unterschiedliche Bedeutungen haben. Was bei dieser Frage der Prüfung wesentlicher Unterschiede meines Erachtens noch zu prüfen ist und zu berücksichtigen ist, ob die politischen Strukturen des Entsendestaates und seine bildungspolitischen Bedingungen die individuelle und kollektive Freiheit der Wissenschaft schützen oder garantieren. Denn wir gehen ja davon aus, wenn jemand einen Bachelor vorlegt, dass er damit auch die Befähigung zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit vorgelegt hat. Das ist ja ein wesentlicher Punkt der Studierfähigkeit. Nun sage ich aber mal ketzerisch, kann ich die Befähigung zur eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit in einem System jedenfalls so erwerben, wie wir uns das vorstellen, in einem System, das die Wissenschaftsfreiheit als solches gar nicht anerkennt. Ja, wo die Wissenschaftler also von sowohl im Werk- als auch im Wirkbereich der strikten Kontrolle des Staates unterliegen. Die wachsen natürlich von vornherein in einem, sagen wir mal, wissenschaftsunfreiheitlichen Klima auf. Das hat man jetzt gerade ja bei der Corona-Krise auch gesehen in China, wo die Wissenschaftler, die sich also gewagt haben, also irgendwas Unpassendes zu sagen zur Corona-Krise, die sind sofort aus dem Verkehr gezogen worden. Und auch Studierende an chinesischen Unis, zumindest möchte ich das ausschließen, wachsen natürlich in einem gewissen Klima der wissenschaftlichen Unfreiheit möglicherweise auf. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es immer so sein muss, aber es ist zumindest in diesen Fällen berechtigt, dass man da mal nachschaut. Und deswegen eben hier Eignungstests durchführt, die eben auch die wissenschaftliche, die kognitive und die argumentative Fähigkeit untersucht. Nächste Frage, die Unterscheidung noch zwischen allgemeinen Eignungskriterien und besonderen Eignungskriterien. Da haben wir die rechtliche Hürde noch zu überwinden. Die Frage, was ist eigentlich die Aufnahme eines Masterstudiums? Unterliegt die Hochschulzugangsvoraussetzung oder sind es Hochschulzulassungsvoraussetzungen? Sie kennen das ja aus den NC-Verfahren. Hochschulzugang bedeutet, wer eben die allgemeine Zugangsberechtigung hat, also bei Bachelor eben das Abiturzeugnis, bei Master das Bachelorzeugnis, der muss eigentlich zum Studiengang Zugang haben. Nur in aufnahmebegrenzten Studiengängen kann man da noch Zulassungsvoraussetzungen draufpacken, wie das eben beim NC und bei den Eignungstests in der Medizin der Fall ist. Ansonsten würde ja das Gebot der völligen Kapazitätserschöpfung gelten. Das heißt, solange irgendwo ein Studienplatz frei ist und ich bringe also ein Bachelorzeugnis daher, dann müsste ich die Person also zulassen. Also die Entscheidung, ist es eine Zugangs- oder eine Zulassungsvoraussetzung? Hier gibt es auch durchaus Streit. Also das OVG Münster zum Beispiel sagt, also Masterstudium, das ist im Grunde so etwas wie ein Zweitstudium. Und deswegen sind die Zugangskriterien geringer. Das OVG Berlin-Brandenburg sagt andersrum, das sagt also gerade eben auch in den technischen Fächern, in denen der Master der eigentliche berufsqualifizierende Abschluss ist, müssen wir das also strenger sehen. Eignungstests bei Hochschulzugang sind anders wie bei Hochschulzulassung grundsätzlich nur dann möglich, wenn zu vermuten ist, dass die erworbene Hochschulzugangsberechtigung als Basis für den Masterstudiengang nicht ausreicht. Das kann man natürlich begründen mit entsprechenden Werten, mit entsprechenden Parametern, aber auf jeden Fall muss man das festlegen vorher. Wenn wir jetzt Bewerber haben, und das ist ja eigentlich der Kern der Frage, die aus Übersee kommen, für die also mit anderen Worten Artikel 12 nicht gilt, sondern nur Artikel 2 Absatz 1 GG betroffen ist, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit abgesenkte Hürden. Also für Bewerber, wie die Frage eben war aus China, aus Indien, aus Übersee, besteht die Möglichkeit, Eignungstests in so einem Fall einzuführen, die natürlich rechtsstaatlichen Kriterien genügen müssen, also sie müssen verhältnismäßig sein. Es darf auch bei Artikel 2 Absatz 1 niemand diskriminiert werden oder willkürlich mit irgendwelchen Tests überzogen werden. Und ganz wichtig, wir haben hier auch die Selbstbindung der Verwaltung nach Artikel 3 Grundgesetz. Das heißt, wenn jemand aus Aserbaidschan zulasse, weil er einen aserbaidschanischen Bachelor daherbringt, dann kann ich nicht einen anderen Aserbaidschaner sagen, ja, aber du musst einen Eignungstest machen, welches zum anderen. Man muss also die Gruppen hier gleich behandeln. Unzulässig wäre es, wenn man also Eignungstests automatisch dann verlangt, wenn also der Bewerber aus einem Schurkenstaat, habe ich das mal genannt, ja, Rough State stammt oder aus Entwicklungsländern, wo man da davon ausgeht, also die müssen erst mal nachweisen, ob sie lesen können. Das ist dann also schon fast rassistisch. So darf man es natürlich nicht begründen, ja, sondern man muss es mit, schon mit belastbaren Erkenntnissen über das Niveau der Bildungsabschlüsse untermauern. Die allgemeinen Eignungskriterien für den Zugang gelten grundsätzlich für alle Bewerber. Das heißt, ich muss im Prinzip auch prüfen, haben die Bewerber aus dem eigenen Land oder aus dem EU-Bereich, haben die diese Eignungskriterien auch erfüllt. Allerdings kann man hier insofern pauschalisieren, wenn Bewerber einen Bologna-Bachelor mitbringen, ja, dann kann man sagen, ja, da ist sozusagen die Befähigung zu wissenschaftlichem Denken nachgewiesen. Ja, da braucht man das nicht mehr eigens prüfen, denn wer einen Bologna-Bachelor mit der Abschlussarbeit geschrieben hat, da geht man davon aus, dass der also das entsprechende Handwerkszeug erworben hat. Fachspezifische Eignungskriterien, die Sie also auf das jeweilige Fach beziehen, sind im weiteren Umfang zulässig, weil die konsekutive Struktur Bachelor-Master voraussetzt, dass ja genau die Kenntnisse und Fähigkeiten erworben worden sind, die für den Masterstudiengang vorausgesetzt werden. Nun ist es allerdings so, dass aufgrund der Besonderheiten des Bachelor-Master-Systems, man ist ein Bachelor in einem ganz anderen Fach, zumindest im Verwandtenfach, erworben haben kann und der Master betrifft dann ein Fach, wo Kriterien ausschlaggebend sind, die im ursprünglichen Master so nicht relevant waren, ja, oder nur unterkritisch geprüft haben. In diesem Fall kann man also tatsächlich jedenfalls im Artikel-2-Grundgesetz-Bereich diese Fähigkeiten durch Testverfahren abprüfen. Heilbronner, mein Kollege spricht hier von einem studiengangsspezifischen Gestaltungsspielraum. Der Name ist in sich ja noch bekannt, der berühmte Hochschulrechtler aus Konstanz. Und das bedeutet, für Bewerber aus Drittstaaten sind Eignungstests sowohl hinsichtlich der allgemeinen Befähigung zu wissenschaftlichem Denken, auch hinsichtlich der erforderlichen Fachkenntnisse zulässig. Also die Qualitätssicherung ist hier sachgerechter Grund und auch die Sicherung der Studierfähigkeit der Kandidaten, weil die ist ja im Bologna-System eine der wesentlichen Elemente. Das bedeutet allerdings, das haut jetzt nicht unbedingt vom Bocker, aber man muss es doch betrachten, gerade weil hier ein Gestaltungsspielraum besteht, das heißt ja für den Juristen, insbesondere für den Verwaltungsprozessualisten, die richterliche Kontrolle, die gerichtliche Kontrolle ist hier eingeschränkt, ja, bei Gestaltungsspielräumen. Und das muss dann aufgefangen werden, indem er eben die Kriterien der Vergabe und die Beachtung der jeweiligen Zugangs- oder Zulassungsverfahren besonders sorgfältig in der Satzung regelt. Die muss also wasserdicht sein, weil wenn hier also Schwierigkeiten oder Unklarheiten entstehen, dann ist das genau das Einfallstor für eine Studienplatzklage, ja. Das ist sozusagen eine Variante des alten Grundsatzes Legitimation durch Verfahren, also wenn Sie so wollen, Niklas Luhmann, also Sicherung der Legitimität, der Kriterien, der Beachtung des Verfahrens. Das ist sozusagen eine Variante 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 des Verfahrens.